Mustang Makeover 2019 Mustang Makeover 2019 Mustang Makeover Germany 2019 Ich bin dabei, 2019 beim Mustang Makeover. Ihr auch? Es gibt wieder ganz tolle Pferde, es gibt tolle Menschen, tolles Horsemanship und ich werde auch dabei sein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächstes Jahr alle wieder nach Aachen kommt, wo die neuen Mustangs ihre Chance bekommen auf ein schönes Zuhause. Hallo, auch ich bin wieder dabei beim Mustang Makeover 2019. Wir freuen uns auf das Mustang Makeover 2019. Wie ihr seht, hat mich das Mustang Fieber noch nicht verlassen. Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen 2019 auf dem Mustang Makeover. Wir sehen uns dort. Mustang Makeover 2019 Mustang Makeover 2019. Ich bin da auf jeden Fall vor Ort. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Mustang Makeover 2019. Und ich würde mich unglaublich freuen, euch nächstes Jahr in Aachen zu sehen, denn wir beide werden auch da sein. Und ich hoffe, dass euch die Mustangs genauso begeistert können. Dass der eine oder andere Mustang adoptiert werden kann, das finde ich großartig. Das ist ein tolles Gefühl und deswegen bin ich auch 2019 wieder mit dabei. Wir sehen uns wieder in Aachen. Mustang Makeover 2019. Hallo ihr Lieben, ich bin dieses Jahr auch wieder dabei in Aachen in der Jury und ich freue mich auf euch bis zum Mustang Makeover. Macht's gut, eure Viviane. Mustang Makeover 2019. Bist du auch schon so gespannt? Ein Event, den ihr nicht verpassen solltet. Also, kauft eure Tickets und wir sehen uns. Bis bald, eure Alexandra Edinge. Sichert euch jetzt Tickets und ja, wir sehen uns, euer Tom. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Aachen. Bis dahin, alles Liebe und Gute für dich. Sei live dabei. Bis August. Sichert euch jetzt eure Tickets, denn wir sind dabei.